Hallo an alle! Willkommen auf meinem Kanal. In diesem Zeichenvideo gebe ich Ihnen ein paar Tipps, um die grundlegenden Zeichenfähigkeiten zu verbessern. Für eine gute Zeichnung sind einige wichtige Punkte zu beachten. Erstens ist die korrekte Leitungsnutzung sehr wichtig. Um scharfe und glatte Linien zu zeichnen, ist es wichtig, dass Hand und Handgelenk entspannt und geöffnet bleiben. Behalten Sie gleichzeitig eine aufrechte Haltung bei und positionieren Sie das Papier beim Zeichnen richtig. Perspektivische Fähigkeiten sind wichtig, um Objekte genau zu reflektieren. Mithilfe der Perspektive können Sie die Tiefe und Größe des Raums, in dem sich Objekte befinden, genau wiedergeben. Beim Zeichnen eines Objekts ist es hilfreich, die umgebenden Objekte und den Hintergrund zu beobachten. Der Einsatz von Licht und Schatten trägt außerdem dazu bei, dass Ihre Zeichnungen realistischer werden. Identifizieren Sie die Lichtquelle, die auf das Motiv fällt, und erstellen Sie sorgfältig Schattenbereiche. Die Richtung und Stärke des Lichts betonen das Volumen des Objekts. Nehmen Sie sich Zeit für die Details, ignorieren Sie aber auch die Umrisse nicht. Zeichnen Sie zuerst die großen Linien und arbeiten Sie dann an den Details. Beobachten Sie im weiteren Verlauf Ihre Zeichnungen ständig und gleichen Sie sie als Ganzes aus. Hören Sie schließlich nie auf zu üben. Jede Zeichnung ist eine Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Haben Sie keine Angst davor, Fehler zu machen und zeichnen Sie konsequent weiter, um Ihre Ziele zu erreichen. Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, haben Sie einen guten Anfang bei der Verbesserung Ihrer Zeichenfähigkeiten. Wir werden jeden Tag eine größere Familie. Vergessen Sie nicht, das Video zu lieben und den Kanal zu abonnieren, um dieser Familie beizutreten. Ja, unsere Zeichnung ist fertig. Wie ist es Ihrer Meinung nach passiert? Vielen Dank, dass Sie sich mein Video angesehen haben. Wenn Sie Zeichnungen haben, die ich zeichnen soll, können Sie diese in den Kommentaren schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020